Leute, ich muss euch mal was zeigen. Liebes Team vom Klinikum Nürnberg, hier ist Ilkay Gündorn aus Manchester. Mein früherer Schuldirektor Harald Schmidt hat mich kontaktiert und mir berichtet, wie derzeit die Situation bei euch am Klinikum aussieht. In dieser schwierigen Zeit ist es gar nicht hoch genug anzurechnen, was ihr für Arbeit leistet. Mit dieser kurzen Videobotschaft wollte ich einfach Danke sagen und euch alle ins Kur- und Freizeitbad in Nürnberg einladen, sobald diese schwierige Situation überstanden ist. Natürlich hoffe ich auch, dass ich persönlich bald in meiner alten Heimat wieder vorbeischauen kann und euch auch im Klinikum besuchen darf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, haltet durch, bleibt gesund und vielen Dank für euren Einsatz. Euer Ilkay Danke!